Norddeutscher Rundfunk 2021 In der Mainz-Loch ist eigentlichauerhand passiert. Und gegangen. Was man hier alles gehört hat. Hier macht jeder Angst mit dem Mainz-Loch. Keiner hat den Mut hinunter zu gehen und zu schauen, was wirklich wahr ist. Wer dort hinunter geht, kommt mit einem geschwollenen Kopf zurück. Oder wird sogar ein Geist. In der Mainz-Loch ist die Musik. 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 Da sil irgendwo an. iliere.